hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen video und zumal und zwar zu dem neuen update giants fall es begrüßt euch mir nena und schön dass ihr mit dabei seid in dieser folge wie man den historiker theodric findet als erstes einmal muss man mit der schriftrolle aus der truhe zu dem ältesten gehen von dort aus geht die story dann weiter und man bekommt auch angezeigt wo der gute sich befindet dann muss man den ganzen weg hinauf durch die ruinen da wo auch der king beetle ist bis hinauf zur kaputten brücke und vom gelände aus kommt man dann auf die andere seite bis hin Ganz am Ende der Ruinen befindet sich dann eine Treppe und dort findet man Theodric. Hier gibt es einmal den langen Weg. Die Kirche ist ein neues Haus. Oder man baut sich einfach etwas hoch, so wie ich das gemacht habe. Okay, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich werde mich hier von euch verabschieden. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Ein Däumchen werden Träumchen. Und tschö mit Ö. Untertitelung des ZDF, 2020